Ich wollte eigentlich dieses russische Flair mit der Musik hier filmen, aber irgendwie ist die Musik jetzt weg. Da muss der Hämmer halt Kalinka singen und tanzen oder so. Singen! Oh Mann, singst du! Los, Kalinka, sinker! Ja, ich kann nicht mit vollem Mund singen. Ja, wir sind jetzt 10 Kilometer südlich von Moskau, im tiefen arktischen, nee, wie heißt das, russischen Winter. Und haben trotzdem unseren Grill aufgebaut. Ist der kalt? Ich freue mich schon aufs Azoren hoch. Ich lasse mich da mal überraschen. Das war jetzt ein guter Kommentar. Azoren hoch, ich bin dafür. Einen Kommentar hast du auch noch machen. Azoren hoch, ich bin dafür. Gefällt uns. Gefällt uns. I like. Oh Gott. Facebook versaut die Gemeinde hier. Facebook. Jetzt wo ich einen neuen Koffer draufkomme. Jetzt wo den neuen Koffer draufkomme. Ich verkaufe es. Ich verkaufe es. Ich weiß nicht, was ich jetzt unter der Spendale. Ich bin jetzt mit dem Koffer draufkomme. Ich bin jetzt mit dem Koffer draufkomme.